Hallo und Willkommen zurück zum MonoWafia 3 Let's Play. Nachdem es das letzte Mal so toll aufgehangen hat, machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Spielfort jetzt. Ja. Ach ja genau. Jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihr GLG in Abfahrt hier. Meine Leute sind tot oder sterben. Ich hab Gas eingeatmet. Herr Rammstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken Dekontaminierungseinheiten. Kein Gas. Uns greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen? Die ganze russische Armee fordert sofort die Unterstützung. Wir berichten Augenzeugen von russischen Kanzern auf der Champs-Elyseesie. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen Sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlock. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist das? Der Vizepräsident. So, ich bin jetzt natürlich mal gespannt, ob wir die ganze Mission jetzt noch mal neu machen müssen oder ob wir da beim Safepunkt weiter machen und wir machen mal den Safepunkt weiter. Hey, genau da, wo es Aufrang hat. Ob mal was passiert jetzt nicht noch mag. Die Leute aus dem Bus raus, wo sie dann auch so standmäßig sind. Aua. Das geht immer mal rum. Das geht immer rum. Das geht immer rum. Das geht immer rum. Aua. Aua. Was ist denn immer beschießen müssen? Boah. Du kannst nicht. K. Sturm ist geschossen. So kann ich den vollen Plan wo es hin muss. weil wir sofort über ein Munitionsküste an was das entsteht leider kann ich mich nicht in Hamburg nicht so gut aus wenn sie es so irgendwie so einigermaßen auf den Affeld gemacht haben ich meinte das Gebäude na egal sowas sehr unfreundlich kaputt das ist ein übelster Hälter sagt man Fahrzeugen prüfen sicherer ne was ist denn jetzt los glockt mich nicht hier ist eine Menge Blut es ist Krieg hier ist vor allem ziemlich rot jetzt stoßen wir mal vor das ist am okulsten aus der Prosttasche ist so ein riesen Ding wir zogen uns wo ist denn noch ein paar Bäm ja ja der dritte Welt der dritte Welt ich bin mit dem du stehst du stehst auf allen Abschlusslisten schon ich kriege dich da auf keinen Fall runter das will ich nicht hören du schuldest mir noch was wegen Pripyat denk daran ruhig blut ok ok wir haben den Frachter zu einer Einheit in Bosa So Somalia verfolgt gehört einem schmierigen Kerl namens Varade ich habe hier schon alle Hände voll zu tun du bist auf dich allein gestellt viel Glück wie sind die geschützt alles zweite Garde lokale Schützen bewachen die Anlage wir fallen auf wie bunte Hunde still und leise läuft da nicht dann treten wir eben die Vordertür ein alles klar alles klar ha holt zum Abschluss 8 Oktober 9.30 Juri Sommerkommando 1 2 1 verleugnet Usasu Somalia was ist hier los ey Drecksau Nikolai heizen sie hinein Geht los Sieger voraus Angriff Angriff Jaaa Das wow Wow Price ist so eine coole Sau Oh Kanabe Geht kann ey zu warten eine halbe Leer vertreten auf die 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 bis die die Nö. Hä? Ey, ich will weiter machen. Hä? Hä? Cooler Bug. aber stimmt preis oder einfach nur mehr hingeschossen das für uns auch so eine Pripyatmission, das wäre nochmal geil, die war, das war genial, war einer meiner Lieblingsmission. Was er für Preis to Hell. Ich will das den Steuern an. Was macht der da? Ja. Okay. Das ist doch cool. Ja. Das war ein Verbündeter. Yeah. Das macht doch mal Spaß. Ja, warte doch mal auf mich. Du 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 du. Gerade aussichern. Okay. Oh, na gut. Hier ist nichts. Hier. Noch nichts. Ey, Sau. Verstanden. Wahr habe möglicherweise im ersten Stock. Die gucken auch dasselbe Spiel wie du. Oh. Ja. Flankieren. Mehrere Feinde betreten den Raum im ersten Stock. Wah. Oh. 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 Schau. Beweis im.'" Okay. incomes Oh ist das mies jawohl ey das wollte ich gerade machen btf ich glaub das war jetzt tot nummer 6 nur weil ich diese scheiß Raketenwerfer gleich gebrauchen hatte und ich voll keinen plan hatte was los ist ja kontakt überall ja hier ist doch gar keiner mehr auch hier unfähige schützen nicht oh oh Aha. auch Fakiru Kartenmachter mann nur was unnötig ist immer so wird die Uhr gebäischt das ist auch mal mit Kanaden beziehungsweise Samar macht doch total spannend um die Szene zu sehen Prozent zwei Spiele und so nicht dass das gut heiße